Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserer netzpolitischen Serie an Gesprächen, die wir seit über einem Jahr jetzt schon machen, gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt Wien. Wir haben ja vor über einem Jahr angefangen, da ging es um Post-Privacy, um Privatsphäre mit Jacob Applebaum, wir haben über Feminismus im Netz diskutiert, wir haben über Netzneutralität diskutiert, so haben wir eine ganze Reihe, noch mehrere Themen schon gehabt. Ich möchte mich da jetzt, weil ich das noch nie getan habe, mich auch ganz herzlich einmal bei unserem netzpolitischen Referenten im Rathausklub, Sebastian Glocker, bedanken. Habe ich Rathausklub gesagt? Parlamentsklub. Das passiert hin und wieder. Parlamentsklub bedanken, der federführend für diese Serie auch verantwortlich ist. Und heute diskutieren wir ein ganz spannendes Thema, nämlich Open Data. Wobei manche sagen Open Data, Open Data, ich glaube beides ist richtig, aber Open Government werde ich schon souffliert. Open Government Data. Ja, Open Government Data. Es gibt da mehrere Ausdrücke. Ja, ich freue mich auf ein spannendes Podium. Ich fange jetzt einfach einmal mit dir an, nach dem Motto Ladies First. Judith Schosbeck. Nein, ja. Ja. So habe ich das richtig ausgesprochen. Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für E-Governance der Donau-Universität in Krems. Herzlich willkommen. Daneben sitzt Klaus-Werner-Lobo, Kultursprecher der Grünen Wien. Und auch federführend dabei, da sind die Stadt Wien Open Data. Wir wollen uns ja heute die Stadt Wien besonders einmal anschauen. Auch federführend daran beteiligt, dass es in Wien Open Data gibt. Ich werde jetzt, ich sage einmal Open Data, Open Data. Wir sollten uns einigen. Robert Hamm, sowas wie der Open Data-Guru in Österreich. Ja, also für mich schon. Das hörst du ja in Wahrheit gern. Ja, die Weine aber beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Themenbereich. Seit längerem, ja. Drei Jahre. Drei Jahre. Ja, das ist... Und ich habe dich auch gleich gebeten und hast uns an eine Präsentation vorbereitet. Eigentlich hast du es eingebunden. Ich habe dich nicht einmal darum gebeten. Ich habe eine Prust, doch meine, ich machen soll es. Weil viele werden sich jetzt vielleicht fragen, vielleicht auch viele nicht. Ich weiß es nicht. Was ist Open Data überhaupt? Und ja, dann würde ich dich einfach mal bitten, dass du uns das präsentierst. Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin Robert Hamm, also vom Verein Open 3. Wie geht das jetzt? Also wir sind ein parteiübergreifender Non-Profit-Verein, den es eben seit 2010 gibt und sich eben schon seit 2010 mit eben Projekten und Studien zu dem Thema beschäftigt und eben versucht aufzuzeigen, dass eben Open Data kein reines Technikathema ist, weil Daten drinnen ist. Das war immer die erste Assoziation, vor allem am Anfang. Sofort, Technik interessiert mich nicht, sondern es geht da um durchaus auch gesellschaftlich relevante Daten, die, wenn sie breiter zur Verfügung gestellt werden, maschinenlesbar zur Verfügung gestellt werden, auch einen Mehrwert sowohl gesellschaftlich, wirtschaftlich als auch individuell haben können. Definition, denke ich, ist wichtig, nochmal hinzuweisen. Es geht eben Offenheit, es geht darum, nicht personenbezogene Daten, die aus Verwaltung und Wissenschaft kommen, maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Klare Abgrenzung, nicht personenbezogene Daten, das heißt, es geht, kurz zusammengefasst, nicht um den gläsernen Staat, sondern um, es geht um den gläsernen Staat, aber nicht um den gläsernen Bürger. Also das ist auch ganz wichtig zur Abgrenzung. Warum das Ganze, ich habe es eh vorher schon kurz erwähnt, also die Open Government Modelle und Theorien gehen eben davon aus, dass einerseits Politik und Verwaltung dadurch offener werden können, bürgerorientierter werden können und mehr Beteiligung stattfinden kann, aber halt auch global gesehen gesellschaftliche Prozesse, die falsch laufen, einfach einmal sichtbar und greifbar werden und basierend auf Fakten einfach auch dann bessere Entscheidungen getroffen werden können und so quasi Lenkungseffekte entstehen. Und natürlich auch als vierten Punkt, die Wirtschaft anzukurbeln, ist auch eine Hoffnung in Open Data, eben dadurch, dass man lokalen Entwicklern ermöglicht, Apps zu bauen und nicht nur großen Unternehmen. hofft man natürlich auch, dass zum Beispiel auch Arbeitsplätze entstehen, jetzt ganz klassische IT-Wirtschaft zum Beispiel. Ja, was haben wir dazu gemacht? Ganz kurz, kann man auf Open3.at-Projekte danach lesen. Wir haben Toilet-Maps gemacht, sehr bekannt, oder auch Budgetvisualisierungen, Gedichtwettbewerber und was ich kurz erwähnen will, ist auch eine Umfrage unter Nationalratsabgeordneten. Die haben wir damals mit der Donaune gemeinsam gemacht, wo wir alle befragt haben, wie sie das Thema Open Government Data sind, 2011 war das, und da habe ich eine Folie herausgekopiert. Das Ganze ist auf Open3.at-Studien nachlesbar, die Ergebnisse, das eben auch schon damals, also es waren 42 Rückmeldungen und auch schon damals ist relativ klar gesagt worden, es braucht da gesetzliche Regelung für das Thema, um es zu verankern. Und relativ gleichauf war, braucht es ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz oder ein eigenes Gesetz wie zum Beispiel ein Informationsfreiheitsgesetz oder reicht es, wenn es in bestehenden Grundlagen Einzug findet, die gesetzlichen Grundlagen. Wie schaut es konkret derzeit jetzt in Österreich aus? Also wenn man das Datenportal DataGVAT, wo alle Datensätze Österreichs zu finden sind, die man als Referenz herannimmt, dann sind wir jetzt bei 1043 verfügbaren Metadatenblättern sozusagen, Wien davon hat 190, also ist klar der Vorreiter sozusagen. Ich habe es eh darunter geschrieben, was halt auffällt, ist halt die Relation Bund-Länder-Gemeinden, also die kleine Gemeinde Engerwitzdorf mit 8000 Einwohnern hat in Summe mehr Metadatenblätter veröffentlicht, dass der gesamte Bund. Also das ist halt auch ein Indiz, dass da noch viel Spielraum nach oben ist und warum das so ist, da komme ich dann später noch ein bisschen dazu. Dass jetzt UK und Großbritannien wesentlich mehr haben, ist jetzt natürlich auch ein Benchmark, aber andererseits muss man auch sagen, die Datensätze, die Österreich hat, die sind auch von der Qualität her sehr gut. Also das Qualitätsmerkmal ist schon sehr groß. Und was Österreich im internationalen Vergleich sehr gut macht, ist das Verhältnis eben Datensätze zu Anwendungen, also 172 Anwendungen und Visualisierungen, die daraus entstanden sind und eben auch im Anwendungsverzeichnis auf DataGV, die alle gelistet sind, bei 1043 Datensätze ist schon eine sehr schöne Relation und Deutschland würde sich das sehr stark wünschen. Also da funktioniert die Zusammenarbeit mit der Community und der Austausch also sehr gut, weil es ist ja nicht nur, dass Open Data das Zerfügungsstellen ist von Informationen und da habt ihr und jetzt lasst uns in Ruhe, sondern es ist ja, das lebt der Wien sehr gut vor mit dem Plattformtreffen, auch ein Prozess, dass es regelmäßige Treffen mit der Community gibt, wo dann Wünsche abgefragt werden, Neuigkeiten bekannt geben werden, Feedback eingeholt wird und so, also im Sinne von Open Government, Säulenmodell für Partizipation. Ein kleiner Fokus auch noch auf die Wiener Linien, wie es da ausschaut, also das war ja auch ein langer Prozess, es ist schon 2010 auf einem Parkend gestartet worden mit einem U-Bahn-Aufzug-AT-Projekt, dass wir haben gesagt, also wir haben es gestartet, die Intention, dass es die Daten gibt, hat es schon länger gegeben, glaube ich, aber wir haben ein Projekt gemacht mit U-Bahn-Aufzug-AT, wo wir die Aufzugsstörungsdaten quasi haben wollten oder zeigen wollten, dass man damit etwas Sinnvolles machen kann, wenn das direkt von den Wiener Linien kommt. Haben dann mal eine Crowdsourcing-Plattform gemacht, um das zu zeigen und ja, dann ist lang nichts passiert. Wien ist gestartet mit Open Data, Wiener Linien am Anfang nicht dabei, waren da zögerlich und es ist dann erst ein bisschen Bewegung reingekommen, wie ein gemeinsames Createcamp gemacht wurde mit den Wiener Linien, wo man halt gezeigt hat, wenn ihr euch eröffnet, dann habt ihr auch was davon und dann entstehen sinnvolle Apps. Mittlerweile sind wir bei sieben Apps, die auf der Wiener Linien-AP basieren. Das ist jetzt ein Hauptentwickler, der Patrick, der diese WAN-App da macht, also sehr zu empfehlen für IOS, also die zeigt den Abfahrt in der Umgebung, also sehr praktische Apps, eben sucht sich einen Use-Case raus, wo es Rando halt auch macht, aber halt nicht so, ja, redet jetzt mit ihm nachher, der kann euch das genau erklären. Was jetzt hier, was auch sehr dazu beigetragen hat, dass die Wiener Linien sich geöffnet haben, war dann auch die Petition, die eigentlich mehr oder weniger unverhofft, offen gesagt, wollte ich nur die Petitionsplattform testen, also es hat eine neue, es hat diese Online-Petitionsplattform gegeben und da sind Entwickler, Bürgerkarte und das muss man natürlich ausprobieren und na, was nimmt man für ein Thema und würde sich anbieten wie in der Linie, also das war wirklich der Zugang, ich habe nicht gedacht, dass das so groß wird, so kurz, aber dann war der Zufall war dann, war auf unserer Seite sozusagen, dass drei Tage nachdem sie online war, hat der Standard gemeldet, dass die Wiener Linien einen angedroht haben, rechtliche Schritte, wenn er die, seine App nicht runter nimmt, weil die illegalerweise die Quando-App verwendet und das hat dann, da war das Ventil quasi, es gibt die Petition, Unterzeichnis und das hat dann dazu geführt, dass das die erste, die 500 erreicht hat und dann die Vizebürgermeisterin Brauner hat dann gesagt hat, ja, jetzt gibt es einen politischen Auftrag, macht das und dann im Sommer wurde das dann gemacht und seit Ende, seit August gibt es jetzt die App, mittlerweile auch ein Routenservice und eben sieben Apps, die schon verfügbar sind und das ist wirklich ein herzergbarer, also wirklich ein wertvoller Datensatz in Europa, da gibt es also meines Wissens auch nicht so, also im deutschsprachigen Raum sicher nicht, könnte noch mehr beworben werden, sagen wir mal. Und ja, aber ich gehe mal weiter, ja, zwei drei Apps noch, die vielleicht weniger bekannt sind, Warnhof das Meldeamt, kann auch aus Open Government Daten entstehen, da hat sich jemand die Wartezeiten auf den Anwendern, auf den Ämtern in Wien angeschaut und man kann dann Probezirk auswählen, wann gehe ich hin, an welchem Tag, um möglichst wenig lang zu warten, also durchaus ganz andere Ansätze zu machen oder Fruchtfliege, ist auch vielleicht weniger bekannt, Obstbäume vielleicht nicht ein Grund, wo man ernten kann in Wien, passierend auf dem Baumkataster, der ja in Wien vollständig als Open Data verfügbar ist, denn Apps for Austria Gewinner habe ich auch reingenommen, Woody ist auch eine sehr nette App, wo man eben den spielerischen Charakter von Open Data zeigt, wo man eben wie Tamagotchi mäßig mit dem Handy rausgehen muss und den Wurm bei einem öffentlichen Baum füttern muss und ihn dann durch Schütteln hoch schickt, also das ist ein spielerischer Zugang zum Thema, finde ich auch ganz nett. Ozonwerte auch von der Datenquelle vom Umweltbundesamt, zeigt, dass da auch noch sehr viel Spielraum wäre, was man mit Umweltdaten machen kann, ist eine App, die auch entstanden ist von mehreren Entwicklern und die nächste Ozonmessstelle im Umfeld den aktuellen Wert zeigt und Warnschwellen und so berücksichtigt. Ein bisschen mehr Richtung Verwaltungstransparenz hat dann der Datensatz der RTR gebracht, also die Medientransparenz-Datenbank ist auch zeitgleich aus Open Data zur Verfügung gestellt worden und hat sehr schöne Visualisierungen ermöglicht, die man da auf Horizonte nachschauen kann, wo man auf einen Blick sehr gut sieht, wo gehen die Inseraten, die Gelder für die Inserate hin, also das ist auch als Open Data verfügbar. Was in Wien oder in Österreich generell noch weniger gibt, ist sowas wie in Großbritannien die Finanzdaten, natürlich auch bei den Umfragen immer einer der meistgenannten Punkte, wie die Ausgaben sind. Da ist Großbritannien sehr führend, haben das bis zu einer sehr detaillierten Stufe auf Werdersemanico schon verfügbar, kann man sich runterzoomen in Regionen und sehr, sehr gut aufbereitet. In Österreich gibt es da seit kurzem, seit ein paar Tagen das offene Haushalt der RT, das zielt jetzt einmal auf die Gemeinden ab und es sind glaube ich 70 mittlerweile beteiligte Gemeinden von 2500 irgendwas, die ihr Budget bis zur dritten Budget-Ebene verfügbar auf der Plattform raufladen und dann eben interaktive Auswertungen wie Tremaps oder Entwicklungen ermöglichen und wirklich den Bürgern die Möglichkeit geben, zu sehen, was jetzt wofür das Geld in der Gemeinde ausgegeben wird. Wien ist da noch nicht drauf, aber meines Wissens nach gibt es da angeblich im Dezember Gespräche mit der zuständigen Abteilung und wird dann entschieden oder da ist die Entscheidung meines Wissens nach ausständig, aber natürlich auch spannend. Auf Bundesebene leider gibt es da noch wenig Bewegung dazu, also da gibt es noch nichts. Zusammenfassung, es funktioniert gut in Österreich und vor allem auch in Wien, Wien ist der Treiber sozusagen. Es ist halt leider positiv, also es ist positiv gesehen verwaltungsgetrieben. Es gibt die Corporation OGD Österreich, das ist ein Verwaltungszusammenschluss aller derzeit 22 OGD betreibenden Bundesstädtländer-Gemeindeorganisationen, die das Thema auch sehr aktiv vorantreiben und sehr unbürokratisch. Das führt dazu, dass die Datenqualität sehr gut ist. Es gibt Standards, die festgelegt wurden, einerseits wie man die beschreibt und aber auch, das ist ein Erfolgsfaktor, das Lizenzmodell, das ein wesentlicher Erfolgsfaktor in Österreich ist, weil es wurde CC-Py für Österreich festgelegt. Das heißt, die Datensätze, die veröffentlicht werden aus Open Data, können sowohl privat als auch kommerziell verwendet werden, was vor allem für App-Entwickler sehr wichtig ist, weil selbst wenn man Werbung einblendet, nur ist es dann kommerziell, kann es nicht mehr verwenden und diese Potenziale, die auch du dann vielleicht später sprechen wirst, Judith, mit welcher Wertschöpfung Open Data bringen kann, funktionieren nur, wenn man eben so ein Lizenzmodell wählt und auch quasi kommerzielle Nutzung wieder zulässt. Das andere ist aus meiner Sicht nicht, wenn man es ausschließt, ist es aus meiner Sicht unnötig Open Data zu machen, weil das ist dann, kriegt man nur Hobbyprojekte sozusagen. Was auch positiv ist, ist eben die Community, die, wie ich es schon erwähnt habe, mit dem Plattformtreffen und den regelmäßigen Veranstaltungen sehr gut funktioniert, wo man auch wirklich die Verwaltung greifbar wird und sich einbringen kann oder sich einfach Ideen und Wünsche einbringen kann und das wird dort ernst genommen. Das funktioniert sehr gut. Was jetzt eher nicht so gut geht, ist eben das eh schon erwähnte, das Commitment auf Bundesebene ist noch nicht da, wo es jetzt in Wien ist. Also in Wien hat den Vorteil, da gibt es einen politischen Auftrag. Rotgrun hat gesagt, wir wollen Open Data machen und das ist für die Verwaltung eine Notwendigkeit, um dann halt agieren zu können. Das gibt es auf Bundesebene leider in der Form nicht. Das ist eben verwaltungsgetrieben im Moment aus meiner Sicht. Und ja, die gesetzliche Grundlage ist halt auch noch nicht da, wo sie sein sollte. Weil meine These ist halt, das ist jetzt, wenn eine neue Regierung in Wien kommt und es sagt, wir schaffen Open Data wieder ab, weil es ist nicht mehr unsere Regierungslinie, dann wird es wieder abgedreht. Also das könnte theoretisch passieren und darum denke ich, ist es eben wichtig, dass man eben Richtung Informationsfreiheitsgesetze und dergleichen diskutiert, dass man sagt, das ist die Grundlage und da bin ich überzeugt, dass das sinnvoll ist und dann ist Open Data ein Werkzeug, um das umzusetzen. Und da fehlt eben die Verweistung auf Transparenzgesetze, die die Diskussion, wo eben die Grundlagen, die auch für Open Data wichtig sind und gerade auf Bundesebene notwendig sind, um nachhaltige Daten veröffentlichen zu können. Ja und Datenjournalismus habe ich aufgeschrieben. Natürlich, es werden Rohdaten oft veröffentlicht und es braucht Übersetzer. Einerseits Datenjournalisten, die die Statistiken auswerken, das Material aufbereiten für die breitere Bevölkerung, aber auch App-Entwickler, die dann für die Bürger, für die Bürger Anwendungen oder Visualisierungen machen. Ja, also zusammengefasst, also ohne politischen Commitment und gesetzliche Grundlagen wird es das nachhaltig, also das braucht es noch in Österreich, klar, vor allem auf Bundesebene. Ja. 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 Ja.